Willkommen zurück bei SirForests. Der Skull-Door steht in der Skull-Lamp. Er vergewaltigt gerade die Lampe. Nein, ich doch nicht. Ich geh mal in ein eigenes Lager bauen. Tschüss! Okay, tschüss! Wir waren dabei, unser schönes Haus zu bauen. Das Dach haben wir so hinbekommen. Ja, genau. Hier muss man leider immer ducken, falls ihr es in letzter Folge nicht so ganz mitbekommen habt oder keine Ahnung was. Ich muss mich jetzt gar nicht ducken. Okay, also rein kommt man nicht mehr. Also von innen nach außen geht's ohne ducken. Nee, aber auch schwer, da hängst du auch irgendwie so. Vielleicht mit Sprinten. Ja, mit Sprinten geht's. So, so, so. Cool. So viel dazu. Mit Anlaufen. Okay, also. Ich bin zu fit. Geh mal direkt. Lass mich nochmal. Das muss doch gehen. Ich mag dich. Okay. Bei mir hat's geklappt. Siehst du? Hä? Was machst du anders? Lauf ich mal. Du bist einfach nur Scheiße. Ich hol Loks. Du musst so dann, du musst so dann nach links gehen eigentlich. So nach links raus. So aus der Bücke. Komm lieber mal. Du holst nochmal Loks. Ich möchte dieses Dach fertig machen. Und dann mal schauen, ob wir das Dach irgendwie schließen können, wenn wir nochmal ein zweites Dach drüber stülpen. Ja, das war halt die Idee. Aber irgendwie hab das Gefühl, dass das Scheiße ausschaut. Naja, sieh mehr dann. Da ist einer mit ner Lampe. Sieg's hin. Rechts. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er. Ah ne, jetzt ist er da oben. Also eins seh ich da oben. Ja, ja doch, das ist der. Passt schon. Aber wie's ausschaut, müssen wir eh bald wieder Holz fällen, ne? Hm. Ja gut, aber ich glaub, wenn, falls wir jetzt echt Holz fällen müssen... Ja. Ey, was machst du? Ja, ich auf einmal wieder. Ja, ich war ja nicht auf dem Boot. Ich bin unschuldig. Ja, darum. Weil du runtergesprungen bist. Ja, ja. Immer auf die Kleinen. Ja, du bist wirklich klein. Naja, eigentlich nicht. War ich nicht größer als du? Hm, nein. Hm, nein. Ich weiß gar nicht. Glaub ich relativ richtig. Ich weiß eigentlich auch nicht. Ja, bevor wir aber wieder um Holz fällen, würde ich sagen, gehen wir mal wieder nach draußen. Ich glaube, es ist jetzt schon die sechste oder siebte Folge, wo wir bauen. Ja, haben wir bis Abwechslung, ne? Und ich habe ja schon wieder Hunger. Oh mein Gott, was war das jetzt? Huah! So. Na, verdammt. Nun einmal. Huah! Ach, das geht nicht mehr. Wieso geht denn das jetzt nicht mehr? Scheiß drauf. Ich glaube, das geht schon einfach mal vor Urlaufen. Ja, vorn hat es doch ganz gut geklappt in der Folge vorher. Ja. Mysterium. Ja, das ist voll die riesen Hütte eigentlich für zwei. Wir brauchen viel Platz für unsere ganzen Regale, so. Alter, was wir da für Vorrat haben hier dann. Aleccomio. Was wir niemals brauchen werden. Wahrscheinlich, ja. Steht einfach nur rum und vergammelt da. Aber ist es dann schöner aus? Ja, wir haben es einfach dann. Ja. Einfach für so Nottage, so falls es mal lange nicht regnet oder so. Joa, genau. Oder es einfach mal doch einen großen Angriff gibt. Ja, man weiß ja nie. Ja, man weiß ja nie, aber... Vielleicht in der Folge 1187. Alter, das Wasser sieht aber schon richtig Hammer aus dem Spiel. Das muss ich nochmal echt loben. Ich weiß, das habe ich ja schon oft gemacht, aber... Ja, und die Soundkulisse ist auch sehr gut. Wie sich der Regen und Wut anhört. Mhm. Unbedingt. Wenn irgendwas ins Wasser reinfällt und so, das hat schon was. Dieses Blob-Geräusch, wenn man so einen kleinen Stein reinwirft. Ja, das ist alles. Das hört sich richtig natürlich an, ja. So. So, jetzt ist die Fuhre. Aber au, das sieht auch richtig schön aus schon. Ja, doch, das hat schon was. Mhm, 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 mhm. Auch wenn jetzt oben irgendwie keine Fenster drin sind und irgendwie ein bisschen kumpel ausschaut, aber wurscht. Ja, wir haben ja... Ding gebraucht. Mhm. Aber wir haben ja die... die Wand gebraucht für Regale eigentlich, ne? Ja, ja, das ist halt das. Ja, gut, ich glaube eigentlich... Hätten wir die Wand schon noch mindestens ein Fenster reinhauen können. Das wäre jetzt auch nicht so tragisch gewesen. Aber naja. Das Wasser... Oh mein Gott, unser... Alter, das Wasser schaut hier voll durch dann. Wenn die Welle kommt. Ach, das war's schon. Ja. Schade, ich hätte das Dach jetzt gern fertig gehabt. Aber naja. Ja, das dauert noch. 30 Loks. Dann brate ich mir doch schnell was. Ja, da ist schon was fertig. Hm. Oh. Näh. Naja, egal. Wird fertig. Bring einfach mal was. Wollen wir dann eigentlich das alles so... ...zimmerartig machen? Oder wollen wir das einfach in diesen Raum? Oder wollen wir Zimmer machen. Machen wir's erstmal fertig und dann... Ich bin mir noch nicht sicher. Ey, da liegt ja immer noch was drin. Zum Essen. Hast du noch einer? Ja, ich hab zwei Sachen reingehauen. Gut. Ich hau mittlerweile immer zwei Sachen rein, weil wir immer so viel haben. Denk ich mir immer, ach schade nicht, bevor... Weil manchmal ist das irgendwie so, dass du... Ja. Immer noch nicht satt wirst. Ja gut, ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht im hinteren Bereich hier vielleicht doch mal eine Wand ziehen oder so. Ja doch, so viele Zimmer mehr vielleicht reinmachen. Also unten könnte man einen geilen... Ja, man könnte hier unten so einen geilen Eingangsbereich machen, ne? Ja. Einfach hier so mega hammer nice mit äh... Kerzen, das zeigst du halt. Ja, hier vielleicht so eine Armor-Dings und ein paar Kerzen und Lichter... Ja genau, und vielleicht dann ausgestopfte äh... Genau, ausgestopfte Tiere und vielleicht so ein Wood-Target, wo man ein bisschen Bogenschießen lernen können, ne? Ja, genau. Vielleicht so eine Wood-Bench, so eine Bang, so eine schöne... Vielleicht so ein Dierskin... Oder... ist das so ein Teppich dann? Ja. Bisschen ja nice. War ein Teppich dann. Ist dann sowas in der Art? Vielleicht ein paar Waffenregale oder so? Ja genau. Das ist doch so ganz cool. Und oben... Das wäre doch ganz nice. Und dann oben, wenn wir dann so hoch gehen... Hier halt dann so unsere Haufenweise Regale, ne? Jo. Hier an der Wand. Und dann können wir hier, direkt hier so... Hier bei der Linie, ne? Ja genau. Vielleicht eine Wand ziehen? Und dann könnte hier unser Schlafzimmer sein. So ein Bett... Und so ein Stuhl... Vielleicht ja, damit... Ja gut. Ich kuschel aber gerne mit dir. Achso, okay. Nur ein Bett. Aber ich will vielleicht dann so ne... Aber vielleicht dann so ne... Aber vielleicht dann so ne Wand ziehen. Und dann hier so ein Stuhl. Und ein Bett. Und... Ein Tisch. Jawoll, das machen wir. Genau, so ein Tisch. Das wär schon nice. Hammermäßig. C Supply 3 Das hört sich ja doch vielversprechend an. Ich will jetzt nur eins was nachgucken und zwar... Wenn ich hier jetzt so eine... Customwall nehme... Ist es dann eine Customwall ? Ich habe meine Orangene Axt noch Orangener gemacht. Ja, das sieht doch nach was aus, oder? Sieht nice aus. Burning Plane X. Natürlich mit Absperren, ne? Wieso geht der Schaden hoch, wenn ich Alkohol über meine Axt drüber träufle? Ich habe es einfach schon mal geplant, unser Zimmer. Okay, war nicht schlecht. Ich wollte es einfach mal ausprobieren und mir gefällt es, ich lasse es jetzt einfach. Ja gut, achte. Ich habe das Tür gar nicht gesehen jetzt. Von innen verriegelbar, okay. Ja, von innen natürlich. Wieso sollte man das von außen verriegeln können? Keine Ahnung. Dass ich es nicht einsperren kann, wenn es unartig war. Da müssen wir ein eigenes Gefängnis bauen. Komisch, das ist scheiße, dass wir hier nicht verriegeln können. Ach, verdammt, egal. Aber genau, das war ja so kacke, weil dann die Tür so versetzt war, ne? Ja, genau, das war ja das. Dafür können wir ja das Schlafzimmer verriegeln. Für unsere schönen Stündlein in der Nacht. Nicht, dass wir so ein Mutante oder so ein Neft. Obwohl doch, da gibt es doch Frauen, oder? Da mache ich es dann doch lieber mit so einer Leiche in der Höhle. Die sind mehr attraktiver in den Hotpants. So, jetzt bis oben. Nur die ganze, geht der mit den Nerven vielleicht, ne? Ja, mei. Die machen das halt alles nochmal richtig flutschig. Alter, die Gespräche, die wir gerade haben, das ist ja wieder echt. Was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt noch eine Runde jagen, um ein paar Skins zu bekommen? Oder gehen wir jetzt Holz holen? Oder gehen wir jetzt in die Schneewelt? Ich nehme die ganzen Fälle mal. Scheiße, ich kann keine Kanäle nehmen. Ähm, warte, wie ging denn diese Schneeschuhe? Ich glaube, wir wollten ja... War das nicht Rabbit-Scheiß? Ne, 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 ne. Ähm, Snowshoes. Fünf Sticks und zwei Ropes. Achso, ich brauche überhaupt keine Fälle. Was ist das jetzt? Ja, das ist zum Warmhalten. Hä, was ist denn das? Oh mein Gott, wie geil. Was denn? Ich kann dir 20 Pfeile mitnehmen. Ja, du hast die Köche gebaut. Ja, man. Ich weiß gar nicht, dass das geht. Hab ich dir aber mal schon gesagt, dass das geht. Ja, ich weiß. Eins, zwei, drei, vier. Äh, vier? Hallo? Vier? Wir gehen an die Rabbit-Schuhe eigentlich. Equip. Wir gehen an solche Rabbit-Schuhe. Ich hab Schneeschuhe. Weißt du das? Hallo? Ich hab keine Schneeschuhe hören. Ah, geil. Äh, äh, was sind die? Ich mag die wieder ausziehen. Kann man den nicht mehr runter tun? Äh, doch. Ah, ne. Da. Wie macht man denn jetzt? Ach, die machen dich nur schneller in den Schneegebieten? Naja. Ja, wahrscheinlich. Ja, stand ja da. Äh. Rapid-Schuhe. Ja. Rapid-Schuhe. Ja. Ja. Ja, jetzt haben wir leider. Wir machen jetzt auch nochmal Schneeschuhe. Nicht, dass du mir immer davonraste an. Wann ist zwei? Ding, oder? Und ein paar Stecker, oder? Oder ne, wann ist auch noch? Ah, nee. Okay, man kann nicht beides anziehen. Add some protection from cold and increased stealth. Okay. Snow. Wie viel Stecker braucht man denn da? Ach, ich glaube, ich lasse die, äh, Hasenstiefel jetzt ganz dran. Ach, verdammt, ich brauche noch einen Rope. Die ganze Zeit, ich finde es so viel Ropes, aber dann hast du einfach keinen Rope, wenn du brauchst, ne? Das ist ein bisschen zum Kotzen sowas. Oh, ich bin jetzt voll aufgeheizt hier. Wie kann man Farbe herstellen? Das habe ich schon wieder total vergessen. Äh, Baumharz und dann irgendwelche Conflower zum Beispiel oder Merigold. Um Orange zum Beispiel herzustellen. Also zwei Merigold und ein Baumharz. Voila. Aber ich will ja kein Orange. Kann man keine Ahnung. Also wenn man zu viel, äh, ähm, Rehfell drauf hat, dann tut man die, äh, Knochenrüstung automatisch ablegen. Äh, okay. Also das multipliziert sich doch nicht irgendwie. Schau mal meine Axt. ja sie ist noch auch von schalz davor nein macht eigentlich nicht was ich noch blau bei mir nicht dass der blutberg ist ja wenn es blau und das ist also was auch nix oder gar nix wahrscheinlich nicht überhaupt nichts ja ich höre die schilder ja schon drauf so jetzt nehmen wir die da die so rum hallo bittsch kam er doch die leck mich am arsch dieser war aggressiv hallo die waldfeder alle wieder angezogen sich halt sich halt anhört habe euch zwei jetzt nicht gesehen aber die geräusche die waren ja wir waren beschäftigt oh ja jetzt nimmst du von hinten ok jetzt kann ich nicht beantworten gleichen schon der verdammte schon noch gar nicht passt ja auf den arsch kann ja wo sie tot ist na gut dann ich nicht wissen genau bei 15 minuten gut dann gehen wir doch einfach trotzdem mal richtung schnee welt und dort hin vielleicht dann noch ein paar rät erlegen für dich dass noch ein bisschen wärme bekommen das könnten wir tun das könnten wir tun müssen aber nicht das könnten wir tun guck ich mach das immer wieder so ein bisschen wenn ich zeit habe tue ich dann ein bisschen so erweitern sammeln hier was hier liegt und haus gleich eine gut 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 weiter sind wir wir sind schon ganz doch wir sind fast galo wir sind von ganz unten bis hier her und auf der seite haben wir auch schon also wir sind schon fast fertig mit dem ding ja das geht schon voran geht schon voran es ist nichts mehr über 200 ja so dann gehen wir mal sammeln da 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 wenn wir so einen blöden stein aufheben dann kommt so eine viele spinne wüt mich ja schon nerven und neben stein ich sammeln ich sammeln noch paar sticks ja genug sticks mitnehmen dass wir vorher machen können ja wir haben ja nicht voran ne hülle zu gehen jetzt oder aber da oben wird es wahrscheinlich kalt sondern da müssen wir uns regelmäßig mal ah das stimmt auch wieder da hast du wahrscheinlich recht wir könnten uns hier in der schneewelt noch ne behausung machen könnte man so ne kleine hütte oder sowas das ist so ein unterstupf wenn wir immer dort in der welt sind damit wir ich hab ne überraschung für dich da guck oh du müsstest geschenk mich an bist du bei mir? meint's mich? hey ja auf mich zu schlagen ich hab eh so wenig rüstung bin ich eigentlich jetzt schon voll oder nicht? also von ding schon und ja ich bin voll mit steinen und sticks so ich nehme jetzt mein äh spare für was für was gibt's eigentlich den upgraded ähm stick upgraded spare ja das ich habe ihn zwar aber ich nutze ihn nie weil immer wenn ich den werfe will ich ihn sowieso da ist bestimmt irgendwie jaaaa vielleicht ist der vielleicht effektiver gegen krokodile oder so weil die haben vielleicht nur amerikan okay ach das ist wieder das wo die ganzen flares dran sind wo ich ja schon mal da war geld geld pilzer direkt essen kann man eigentlich pilzer dann auch sammeln i die waren giftig würde ich nicht empfehlen zu essen gemäthik stoff stoff brauche ich unbedingt immer wieder so richtig schön viel ach flares da sind auch flares drin wo ich gar nicht aufmachen ich hab jetzt gar nicht aber ich brauche flares ist ja mal interessant ich bin jetzt voll ja dieser scheiß tennisball so stoff batterien stoff ich weiß ja gar nicht ob das überhaupt was bringt wenn man die flare kann ausrüstet und dann die ganze Zeit die ganzen flares rein hat ich weiß es auch nicht ob die aber irgendwie das sind ja nur fünf fächer oder so ich würde damit glaube ich nicht mal nicht übertreiben naja naja jetzt bin ich auch voll mit flares siehst du noch irgendwo koffer? nicht oder? ne ich glaube das war es hier hinten hast du alle oder? da ist ein schree da ist ein reh jetzt rennt es weg weil es mir entgegen gekommen ist das ist doch scheiße so was schade dass man nicht so mehrere speere herstellen kann ja das wäre vielleicht ganz lustig ja wunderbar ja man kann immer nur ein speer und ein upgraded speer also maximal zwei speere mehr kannst du nicht herstellen ich habe echt viele äh pils irgendwie ja die darf man noch nicht essen ich esse die ganze zeit also bei mir war sie dann immer so immer so voll lecker was ist denn hier los oh was nein scheiße das wollte ich nicht ne das passiert mir auch offenbar also aus versehen wie so ein Bärenstrauß ach hier ist ein Bärenstrauß das haben wir nicht die gleich mal Equipment einmal kurz weg gehen einmal kurz weg gucken und dann wieder hingehen und dann jawoll was auch immer Twinberries sind das Alter was ist das? ah Blueberries sehr schön trinkt nichts schade ich dachte man könnte vielleicht die Frucht hier essen von den Pflanzen naja hallo ich bin voll ich bin voll okay ja jetzt mal schlechte Pülze ach dann tue ich jetzt mein Topf noch schnell mit Wasser füllen hier wenn wir es mal im See sind oh das ist genau egal weil ich jetzt so viel kommen wir essen? nein ne kann man nicht essen wir verstrafen machst du eigentlich ich sammle nur Palis ja wollen wir denn jetzt in die Schneewerld oder was? also wir sind doch unterwegs oder? das ist doch aber wir sind eh bei 20 Minuten dann können wir hier so eine schnelle Aussicht machen hier so wunderschön und dann ich muss jetzt erstmal schon beenden jetzt kommen wir her boah hey wieso? machst du was? nein ich war das nicht ich stehe die ganze Zeit hier oben lass mich in Ruhe bleib da drüben ha? was? hinter dir war ein Re ich weiß doch nicht ja geh es nein wir kommen jetzt nochmal hier ähm ja ich wollte auch nur zu dir das mal abschließen ja ich weiß nicht du wolltest mich eigentlich glaube ich hauen vielleicht hör auf damit du hast mich jetzt nochmal gehauen hör auf damit hör auf damit hör auf damit hinter dir ein Re jetzt hab ich mich mehr verworfen ich mach es ich will doch nicht abwehr oh ne es packt bei mir ne es packt bei mir das auch so rum wie bei dir alles geht ich hab's erwischt ich hab's erwischt ich hab's erwischt ich hab's erwischt lass mich in Ruhe na gut wir müssen beenden 2 zu 21 Minuten schon hier ähm dann danke wirst du schon scheiße wirst man sperren danke wirst du schon scheiße wirst man sperren also dann ciao bis zur nächsten Folge Vielen Dank.